Wenn da einer reinkommt und sagt, ich hätte gar nicht die selbe Frisur, aber ich habe ja auf dem Foto. Dann möchte der Friseur doch sagen... Schauen Sie, das ist ein Missverständnis. Das da ist ein professionelles Model, ein wirklich schöner Mensch. Sie, die sind eine Laune der Natur. Ein Querschläger der Evolution. Vielleicht hat Gott eine Wette verloren, ich weiß es nicht.